Wenn du die Taste für die Kamerasteuerung verwenden möchtest, aber verhindern willst, dass die Kamera gestartet wird, wenn man ein- oder zweimal auf die Taste drückt, dann bist du hier richtig. In diesem Video zeige ich dir, welche Einstellungen du ändern musst, damit die Kamera nicht mehr gestartet wird, wenn man ein- oder zweimal auf die Taste für die Kamerasteuerung drückt. Die restlichen Funktionen der Kamerasteuerung bleiben während der Verwendung der Kamera erhalten. Los geht's! Öffne dazu die Einstellungen, gehe dann auf Kamera und dann auf Kamerasteuerung. Unten hast du jetzt die Möglichkeit zu ändern, was passieren soll, wenn man auf die Taste für die Kamerasteuerung drückt und man sich nicht in der Kamera befindet. Um zu verhindern, dass die Kamera oder eine andere App geöffnet wird, wenn man die Taste drückt, wählt man ganz einfach keine aus. Jetzt kann man beliebig oft auf die Taste drücken und nichts wird passieren. Wenn du noch Fragen hast, dann findest du die Antwort entweder in einem meiner anderen Videos oder stellst eine Frage in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!